So meine Liebe, jetzt komme ich zu dir. Besser spät als nie. Also, ich gucke mir jetzt das Thema mit deinem Ischiasnerv an. Also die ganze Seite deines Beines vom Rücken runter ist mittelgrau, grau bis einen leichten Touch-Andrazit. Auch wenn es für dich sehr unangenehm ist, es ist von der Warnkarte noch nicht so, dass ich sage, au weia. Und es ist so wie, als wenn du dicke, fette Pampe hast, die an dir dran ist, so menschlicher Superkleber in Pampe, und schon in das Gewebe eingedrungen ist. Also du bist auch sehr unflexibel, unbeweglich an deinem Bein. Vater liegt mir dabei. Sehr viel Hass, Wut, Zaun, Schuldzuweisung auf die Welt. Und da du als Licht-Cola-Keks-Fürsich-Kind ja nun mal zur Verfügung gestanden hast und Licht ja die Dunkelheit anzieht, hast du diese ganze Muschpeke an deinem Bein dran. Und das ist so wie, als wenn du links läufst und das rechte Bein so schlauf hinterherziehen, schlauf hinterherziehen. Also da ist überhaupt keine gute Körperkonstitution bei dir, wie du läufst, deine Körperbewegung. Einfach nur in Anführungsstrichen seltsam. Schrecklich, was auch immer. Dein rechtes Auge tränt vor lauter Schmerz und Kummer. Das linke ist so, ich schaff das, ich kann das, ich geh durchs Leben und ich zeige noch Gesicht, obwohl die rechte Hälfte vom Körper dir schon langsam, auf Deutsch gesagt, abkackt. So alles, was das ist, das war, was du da schon in die Zukunft projiziert hast. Überall da, wo du mit der linken Körperhälfte im Hier und Jetzt in der göttlichen Ebene bist und mit der rechten Körperhälfte in wie einer Zwischendimension des Todes, des Zombietums, des Nicht-Daseins, der Versklavung, des Sich-Unterordnens. Alles an schwüren, Eidengelübden, Lehnseinen, Blutseinen, Heiligenverträgungen, Abmachenkontrakten, den schwarz-weiß- und buntbankischen Scheiß, der dich dazu gebracht hat, dem zuzustimmen, diese Erfahrung machen zu wollen. Mh, du bist auch eine kleine, clevere Mistbiene. Ähm, ähm, zwar so eine Hälfte deiner Berufung annehmen zu wollen, die Hälfte, Erna Poperna, aber die andere Hälfte dann lieber doch nicht und dich deshalb in der Zwischenstation eingekauft hast, um zur Hälfte deines Seins verschwunden zu sein. Nee, nee, ich will das nicht übernehmen, ich will das nicht machen, das ist mir zu groß, zu gefährlich, zu bla bla bla. Mh, warte, warte. Extremster Selbsthass, der dir auf dem Herzchakra liegt und das ist aber nicht mal dein Selbsthass, sondern das ist eine Krake, die dir auf der Brust sitzt, in beige, dreckig, cremengrau, also auch nicht so groß, aber trotzdem sehr unangenehm. Also die will dich aus deiner Mitte bringen. Alles ein Autoresponder, zertrümmerte Autoresponder, archimedische Spiralen und Algorithmen, die das immer wieder bei dir aufrufen, am Leben erhalten, wo du immer wieder in dieses Muster hineinfällst. Alles eine elektromagnetisch, biochemische und infoneergetische Abprägung, den Wut- und Hass, Ablenkungsimplantaten, davon das elektromagnetisch, biochemische und infoneergetische, dass die Zone des Todes, das ist so wie ein total verstrahltes und vergiftetes Gebiet, wenn man da reingeht, dann wird man getötet und die liegt bei dir auch im Feld und alles, was dahinter ist und dahinter ist und dahinter und dahinter und dahinter und dahinter und dahinter, halleluja und dahinter, zerstören, löschen, unkringen, eliminieren, entmachten, können in Aufschwörn, abannolieren wir durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multioniversen, Zeitzone, zurück an die Ursprünge mit Bewusstsein, Kraft meiner Macht, starke Potenzie. Jetzt! Halleluja. 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 Ist immer noch nie durch. Du hältst fest, du kleine Mistmade. Überall da, wo du dein Drama, dein Schmerz, dein Eingesperrtsein, dein dich zur Hälfte verstecken zu wollen vor deiner Berufung, deiner Lebensaufgabe, festhältst. Weil, Liebes, es begleitet dich über gefühlt Jahrhunderte. Und es ist ein Teil von dir. Es ist Sicherheit, weil das hast du. Kennst du den Spruch? Ja, warte, hast wehste? Warte, kriegst wehste nicht. Sowas von bescheuert. Aber es ist einfach so. Und das liegt natürlich auch drin in dem System von dir. Alles, was das ist, zerstören, löschen, unkriegen, eliminieren. Jetzt geht's auf. Entmachten. Annullieren. Wir machen dem Erdwohn gleich, sodass nichts, was davon mehr übrig bleibt, jemals weder schaden kann. Geben zurück an die Ursprünge mit Bewusstsein. Durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multi-Universität. Übelkeit. Boah. Boah. Halleluja. 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 Oh, Mama mia. Halleluja. 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 Jetzt wird's ruhiger. Jetzt fällt der Subwoofer in deinem Kopf, dein riesiges Gedankenkopfkino runter. Und du fängst an, in dir zu zerschmilzen. Und mit dem Zerschmilzen trennt sich die Spreu vom Weizen, das Gift von der Seele, von deinem Licht, geht wieder zurück in diese Zwischenstation. Ich hole dich jetzt ganz langsam aus der Zwischenstation raus, weil du musst jetzt wieder lernen, hier und jetzt zu sein, und zwar zu 100%. Und dein irdisches Alter, meine Süße, ist dann zu scheißegal. Hast du mich verstanden? Du weißt, Arsch, tippen, Muschi. Dastehen. Bei sich sein. Und zu wissen, dass es jetzt dran ist, deine Aufgabe zu erledigen. Und es ist unabhängig davon, wie viel Zeit du verbaselt hast, das haben wir alle. Sondern das hier und jetzt zählt. Und im hier und jetzt kannst du jetzt. Halleluja, Übelkeit immer noch. Halleluja. 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 Im hin means מכ der Wahrze singen, Halleluja. Das sitzt bei dir. Das Herzchakra bei dir zu bereinigen, das ist echt eine Aufgabe. Halleluja. Alles ist schon frei, du bist raus, stehst jetzt da und du merkst, wie leicht deine Beine sind. Das ist ganz komisch, du denkst immer, okay, stehe ich, stehe ich nicht. Weißt du, wie beim Zahnarzt, oh mein Gott, mein Gesicht ist weg, sagt der Narkose, mein Gesicht, oh mein Gott, ich habe keinen Mund mehr und so. Und man fässt sich dauernd an und so bist du gerade, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist jetzt los? Ich habe keine Beine mehr, alles ist so leicht, mein ganzer Körper ist leicht. Du musst dich jetzt neu erst mal eintakten in die neue Ebene des Systems, Nervensystems, was bei dir jetzt gebaut wird. Halleluja. So, weil das Portal ja immer noch offen ist, dein berühmtes Hintertürchen. Alle Hintertürchen, die du da noch aufhast, ja, das kann ich gerne, ich will es ja nicht, wie ich das zumachen soll und so. All die Lügenmärchen, Erfindungen, Separationen, Projektionen, Schlussfragen, von wegen, von wann würde ich deshalb auch immer da drauf, davor, dahinter, daneben, dann drüber, da drüber, da drüber. Halleluja. Alle Autoresponder, zertrommerte Autoresponder, archimedisch, spiralen, Algorithmen, das elektromagnetisch, biochemisch und interneergetisch an Abprägungen. Die Selbsthassprogramme, die Selbstsabotageprogramme bei dir, die diese Tür offen lassen. Weil es dir ja hilft, in dieser Zwischenstation, Zwischenebene, Ebene, diese Programme weiter am Leben zu erhalten und zu ernähren, die sind ja daran interessiert, nicht drauf zu gehen und alles, was dahinter ist und dahinter ist und dahinter ist. Halleluja, ist mir übel. Und dahinter und dahinter und dahinter. Halleluja und dahinter und dahinter. Halleluja, davor, da drüber, da drunter nochmal. Rechte Seite daneben, ja passt. Zerstören, löschen, unkriegen, eliminieren, entmachten, kündigen, aufschweren, abannulieren wir durch alle Dimensionen, Realitäten, Lebenszeiten, Inkarnationen, Multuniversen, Zeitzonen, zurück an die Ursprung des Bewusstseins. Halleluja. Halleluja. Jetzt wird es weiß, der Graue geht aus dem Feld. Portals shut, Portals shut, Portals shut. Ich versiegele jetzt die Portals. Jetzt verschwindet es, sodass du da mit deinem Hintern dich nicht mehr verstecken kannst. Tut mir leid, Erna Pupenra, du stehst jetzt mit deinem süßen Kacka in der Öffentlichkeit und musst dich deiner Berufung stellen. Herr Chakra geht auf die Schultern, gehen zurück, du richtest dich auf, du fühlst die Erhabenheit und die Königlichkeit in dir wieder zurückkommen. Du lässt es dir nicht mehr zu verkaufen, dass du nichts bist, nichts hast, nie etwas haben wirst, nie etwas sein wirst. Dass du ein Waschlappen bist oder eine Witzfigur, das gibst du dir nie wieder ins Feld. Du zeigst mit deiner Erhabenheit, mit deiner Königlichkeit, mit mir nicht mehr. Ich gehe jetzt nach vorne, zeige mein süßes Tendata in meinem Körper, wie auch immer. Und Alter ist relativ. Deine falschen Augen fallen zu, was extrem gut ist, weil mit den falschen Augen siehst du auch falsche Dinge, die Lügen, die man dir erzählt hat. Und indem die zufallen, weißt du, mit dem Ich gucke mir die Sache an, das Drama, bleiben auch die am Leben. Und da es auch ein Artefakt ist und mit dem Zufallen zerbröselt das Artefakt, du merkst richtig, wie es leicht drückt, wie es in deine Augen reindrückt und dann plötzlich gehen die Augen auf und da kommt Luft rein, da kommt Raum rein. Du siehst richtig, du spürst richtig, du hast jetzt den vollen, wirklich Rundumblick, nicht mal Panorama, sondern Rundum, also richtig runde, riesige Augen. Du siehst jetzt die Welt so wie sie ist, du kannst sie jetzt komplett neu entdecken und herausfinden. Auch was mit deinen Beziehungen ist, männliche Beziehungen, weibliche Beziehungen, so die nochmal genau zu eruieren, passen die zu dem neuen Ich, was ich jetzt bin, wieder bin. Oder werde ich da was ändern oder werde ich da gehen? Halleluja. Wut, Zorn und Hass, Selbstkasteiung, Leidenkreuz Christi-Dings, rutschen jetzt aus deinem Herz raus mit diesem Grauen, mit diesem Beige-Creme-Blablabla-Gedöns von der Krabbe. Damit dein Herz auch wieder in seine Position gehen kann, die vernünftige Anbindung kriegen kann zu Vater. Das Gesicht geht auf, du zeigst dich endlich und mit diesem Panoramablick, nee, Rundblick, erkennst du, dass das, wovor du Angst hast, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht mit meiner Berufung und du denkst, ey, was war denn das? Hallo, von der Perspektive von oben nach unten und nicht mehr von unten nach oben, verstehst du Mause, Paula? Bist du in der Lage, das zu wuppen? Und du guckst dir das an und denkst, oh Gott, halbe Stunde erledigt so ungefähr. Pille, Palle. Weil wir laden uns ja nichts auf, was wir nicht machen können. Auch wenn es echt teilweise zu viel ist. Also aus unserer Sicht. Jetzt gerinnst du wie ein Honigkuchenpferd, riesengroße, in Anführungsstrichen, Pferdezähne, zeigst du jetzt, so viel zum Beispiel. Ich zeige Zähne und wer mir zu nahe kommt, dem beiß ich was ab mit meinen Zähnen. Also keine Mäuse-Zähne mehr, sondern du hast jetzt bis Erna pro Perna. Jetzt fährt das ganze System runter, du merkst wieder immer, ruhiger wird diese innere Unruhe. Rechte Beine wird eingerastet in dein Erdenstern, linke Beine wird eingerastet. Du bindest dich an, an deine Urquelle, richtest dich immer mehr auf und du merkst, wie es jetzt durch deine Praneröhre durchläuft in den Boden. und du jetzt die perfekte Anbindung hast. Halleluja. Das Lächeln, die Seligkeit kommt zurück, goldene Energie wird eingeschwungen in jede Zelle deines Körpers, klare Diamantenergie kommt, weißer Heilnebel vorne, weißer Heilnebel hinten, weißer Heilnebel links, weißer Heilnebel rechts. Einbindung in deine Realität, Anbindung an deine Realität, Aufrichtung des wahren Seins, des göttlichen Selbst in dir drinnen, in deinem inneren Kind. Innere Kind findet Frieden, setzt sich mit seinem süßen Kacker auf den Stuhl, tackert ihre Arschbacken auch an. Du hast ein Brokat, weißes, langes Kleid an. Einen weißen, königlichen Schleier, der bis zu den Schultern geht, sitzt du auf deinem Thron und du fühlst dich wohl, deinen Untertanen jetzt Aufgaben zu geben, die sie für dich erledigen können. Und du bist nicht mehr das Opfer. Halleluja. Du verheddert in deinem rechten Bein, entheddert sich, entwickelt sich. Friede, Freude, Eierkuchen. Das Lächeln des Seins wird eingebrannt in dein Gesicht, sodass das traurige, melancholische, jetzt mal gehen darf, das depressive, der Raum öffnet sich immer weiter und du bist in der absoluten Purity-Reinheit. Sehr viel wurde jetzt in deinem Planungsbüro, Seelenplan gedöhnt, gelöscht. So, jetzt bist du weg. Ich knuddel dich, ich buddel dich. Danke für dein Vertrauen. Mal sehen, was jetzt für Wunder kommen. Bitte, nebelweißes Wasser, so in der Mitte ist der Nebel und außen klarer, trinken so viel du kannst. Ich drücke dich. Macht's gut, mein Engel. Ich drücke dich.